Ja und damit ganz herzlich willkommen zum ersten Übersichtsvideo der Köln Karte und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum neuen Projekt und ich hoffe es gefällt euch und wenn dann lasst doch gerne eine Bewertung da ich würde mich gerne drüber freuen. Falls es euch nicht gefällt schaut euch nicht den Daumen runter zu geben denn dann weiß ich okay es gibt Leute die ist denen ist nicht gefällt. Ich bin jetzt nicht so einer der sagt okay sofort liken. Nein falls euch das Video nicht gefällt zeigt es mir. So wie gesagt wir sind hier im Großraum Köln wir haben hier eine riesige Karte also ich kann ja mal ganz alles noch mal zeigen und hier der kleine Fleck hier ist Köln. Hier unten werden wir dann irgendwann irgendwo Siegburg bauen das heißt wir werden richtig schöne ICE Schnellfahrtrassen haben aber alles nach dem Malen. Ja alles alles nacheinander. Hier das ist der grobe Aufbau von dem Kölner Hauptbahnhof hat mich einiges an Zeit gekostet. Ich glaube zwei Abende also rund zwölf bis 14 Stunden. Das ganze wird natürlich alles außenrum dann noch abgesenkt wenn die ganzen Arbeiten natürlich dann dort gemacht werden. Ich habe mir bei der Köln Map gesagt dass so viel nachgebaut wird wie möglich das heißt Weichen. Das heißt Signale, Bahnsteiglängen, alles mögliche was es so auf der Köln Karte gibt soll so detailliert wie möglich nachgebaut werden. Ich habe mir auch extra jetzt hier den normalen Untergrund von Transportfieber genommen denn normalerweise habe ich hier eine Google Maps Karte unten drunter. Das heißt dass die grobe Orientierung der Gleise natürlich stimmt nicht so wie auf der Rheinrohr Map wo alles mal so grob mal Auge ist. Hier ist natürlich alles perfekt nach Google Maps ausgerichtet. Aber wie gesagt wir fangen hier bei Köln Hauptbahnhof an. Wir haben hier drüben den S-Bahnsteig. Dann haben wir hier die anderen Bahnsteig von dem Gleis Nummer eins fehlt noch. Genauso wie bei den Signalen hier alles selber zusammengescriptet. Wenn ich die Erlaubnis bekomme dann kann ich das gern irgendwann mal alles hochladen. Dazu möchte ich aber gerne die ganzen Projekte mal abschließen. Auch hier diese kleinen tief stehenden Signale. Ich habe die davor noch nie gesehen. Gibt es in Köln. Sind natürlich auch alle verbaut. Auf der Brücke selbstverständlich so viel wie möglich. Alles nachgebaut. Also wie ihr seht ich gebe mir da Mühe und ich versuche es auch so gut wie möglich zu machen. Was mich wirklich gestresst hat war hier diese nördliche Ausfahrt mit den ganzen Weichen und den ganzen Doppelkreuzweichen. Also das war wirklich nicht schön kann ich euch sagen. Aber nun gut wenn man es so haben will dann muss man zumindest mal ein bisschen Zeit reinstecken. Das ist zumindest mal das Ergebnis. Die Signalbrücken hängen auch schon oder stehen schon da. Die Signale fehlen noch alle. Und wenn man sich das mal anguckt wie klein dieser Signalabstand in Köln eigentlich ist. Ich muss mir da noch irgendwas überlegen ob ich da vielleicht nur jedes zweite Signal als Signal mache und die anderen dann als Wegpunkte. Aber tendenziell würde ich mal sagen dürfte das nichts machen. Weil gerade durch diesen kleinen Signalabstand können natürlich viel 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 schneller die Züge rausfahren. Und wenn man sich das ganze mal auf YouTube anschaut. Tendenziell hält eigentlich jeder Zug mindestens fünf Minuten in Köln. Das kann ich natürlich nicht nachbauen. Denn sonst explodiert die Map am Kölner Hauptbahnhof. Und die ganzen Züge warten da immer bis ihr Gleis frei ist. Das würde mit einem vernünftigen Fahrplan gehen. Aber nicht mit dem aktuellen Stand von Transportfieber. Das geht einfach leider nicht. Das tut mir furchtbar leid. Ich würde es gerne machen. Ja aber wie ihr seht es geht leider nicht. So dann haben wir hier den Köln Hansa Ring mit den Abstellgleisen hier. Das ist etwas gestaucht. Das tut mir furchtbar leid. Hier kommt noch das Betriebswerk Ehrenfeld hin. Und tendenziell fehlen hier noch sehr sehr viele Gleise. Aber das wird alles in den kommenden Wochen gebaut. Und ihr werdet da natürlich auch weiterhin informiert. So hier geht es später einfach geradeaus nach Aachen. Nicht wundern hier hinten. Hier stehen alle Züge die auf der Ruhrkarte fahren. Äh Quatsch auf der Köln Karte fahren. Denn ich muss ja mit meinen Bahnsteig Assets immer gucken. Ist das weit genug weg. Ist das welche Höhe brauchen die Züge. Und so weiter und so weiter. Also das kommt natürlich nachher wieder weg. So dann haben wir hier Köln Nippes. Wo ja auch die S6 endet. Und hier sehe ich es hier ist noch ein bisschen. Na gut. Wird natürlich sicher. Wird natürlich noch behoben. Ja und hier oben habe ich dann aufgehört das letzte Mal. Es ist schon ein bisschen her, dass ich die Köln Map gespielt habe. Aber es soll auf jeden Fall wieder anziehen. Ich habe richtig Bock gerade auf die Köln Map. Weil das ist einfach ein riesen Projekt und ich war ja dem letzten erst dort. Also Köln ist einfach mega geil. Dann haben wir hier die Hohenzollern Brücke. Natürlich in der Mitte den großen Bogen. Rechts und links die zwei kleinen. Äh nicht wundern hier. Der Rhein wird natürlich noch verbreitert mit dem Mod. Denn der Rhein muss natürlich auch seine originale Größe haben. Dann haben wir hier das äh ja das Weichenvorfeld von Deutz. Das konnte ich leider nicht originalgetreu nachbauen. Weil da einfach Gleiskonstrukte drin sind in Deutz, die nicht gehen. Plus für euch zur Info, falls ihr sagt, ne 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 das ist ja gar nicht originalgetreu. Es heißt natürlich so originalgetreu wie möglich. Das sind die Bahnsteige von Köln Messe Deutz. Ich habe keine Ahnung, ob wir in Messe Deutz früher fernzügig gehalten haben. Aber tendenziell hält er hier eigentlich nur Regio. Ich habe keine Ahnung, warum die Bahnsteige so lang sind. Ich könnte, ich glaube tendenziell könnt ihr sogar eine Doppeltraktion ICE 3 halten. Aber gut. Werden wir dann sehen. Dann haben wir einmal das Gleis und einmal das Gleis. Das sind die Einfahrten zum Betriebswerk Köln Deutz. Das kommt dann hier in die Kurve rein. Und da freue ich mich schon wirklich drauf. Weil das wird interessant zu bauen. Allgemein auch auf Köln Messe Deutz und auf Ehrenfeld. Das sind zwei sehr sehr interessante Betriebswerke. Mal schauen, wie wir es umsetzen. Hier haben wir Köln Messe Deutz Tief. Der schöne Bogenbahnhof im Untergrund. Da muss ich noch schauen, wie ich das Ganze verschönere. Ich denke mal mit Joffreids Brückenmod. Und tendenziell ist das alles Bereich der Messe Köln. Und ich versuche die Messe Köln irgendwie mit den Stadtgebäuden nachzubauen. Aber wir werden sehen, wie es funktioniert. Dann hört es hier leider auf. Da geht es hier in Richtung Flughafen. Eingeebnet ist schon alles. Denn in Köln laufen die Gleise eigentlich alle so auf dem gleichen Niveau. Deshalb habe ich gesagt, ich baue eigentlich alles mal ebenärtig. Soviel dazu. Hier haben wir ja... Hier würde ja eigentlich tendenziell eine dreifache... Hier ist normalerweise eine dreifache Überwerfung. Das heißt, wir haben hier unten ein Gleis. Wir haben hier ein Gleis, das abgeht. Und oben drüber nochmal das S-Bahn-Gleis. Also bis das funktioniert hat, kann ich euch sagen, hat ewig gedauert. So, dann haben wir hier die Überfahrt Richtung Mühlheim. Das ist das Gütergleis, was hier abgeht. Später wird natürlich hier Köln-Kalk entstehen. Und weil die Map ja gerade so groß ist, können wir riesige Güterbahnhöfe bauen. Das heißt, da werden auch richtig lange Güterzüge entstehen. Wie man sieht, das ist gerade alles im Bau. Und dann wird hier Köln-Mühlheim entstehen. Tendenziell eigentlich nur ein Regiobahnhof. Fernzüge fahren durch. Aber, wie ihr auch schon seht, alle Brücken sind mal unsichtbar gebaut. Das heißt, ich werde also tendenziell mal alle Brücken mit Joe Freeds Mod gestalten. Mal schauen, wie das funktioniert. Ansonsten muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Das ist mal ein grober Status-Update der Köln-Map. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefällt, dann einen Daumen runter. Und falls ihr noch irgendwas zu sagen habt, benutzt die Kommentare. Und das Köln-Projekt gibt es auch im Forum. Da werde ich immer mal wieder Bilder posten. Und natürlich auch die Videos. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.